Liga, chill Zweites D, wie geht das? Hier gibt's drei Lieder übrigens Was? Ja, ja So, Schuss Einmal, zack Nochmal Zack Nächstes Ich mach dir mal das Ding an, ne? Nächstes Zack, hab ich Einmal schon Ja, das andere jetzt Also das nächste jetzt nochmal Also die dritte jetzt Die dritte Also die zweite hab ich jetzt einmal Ja, das dritte Du, die dritte hab ich jetzt Nochmal Nochmal, okay Ähm Warte, warte Ja, nächstes Zack Nochmal Nochmal, ja? Okay, okay, okay Jao Sigi Läuft, Sigi, läuft In jedem Game hör ich das Ja, irgendwie Irgendwie ist das so ein Standard Wobei, ich sag's total selten Ja, also ich bin Ja, nach einmal Ist er halt auch nicht mehr lustig Wenn man einmal kennt Aber das erste Mal hab ich gut gelacht Ja, ich auch So, wir können jetzt Ja, was machen wir jetzt Ich weiß gar nicht Genau, ich drehe Ich mach jetzt meine Kugeln noch, ne? Ja, warte mal Ich bin noch nicht fertig Ja, ich weiß ja wie die gehen Die Kugeln Da hab ich ja Ahnung Ich schalte da drehen Ich bin grad bei einem Ich bin grad bei fünf Ja, du musst mir sagen, wann ich drehen soll Ja, Moment Ich hab beide Zombies bei mir, ne? Also ihr könnt in Ruhe euer Zeug da machen Okay Bei mir ist gerade einer gespawnt Es sind vier Kugeln, ne? Ja, doch vier, ne? Äh, links Ich seh immer mal Die lila in der Kugel Sieht man immer Wenn die runterfliegt Hast du schon mal gesehen? Nee Nee Die fliegt immer neben mir Achso Ich hab jetzt übrigens drei Zombies Keine Ahnung, wo der dritte herkommt Wie? Die fliegt immer neben dir Die lila Kugel Ja, die fliegt immer runter Zu Packer Punch Achso Richtig geil Das sieht so Keine Ahnung Episch aus Hat's denn hier irgendwo noch ein Häufchen? Ähm, ich muss noch Jugger machen Und dann kannst du bei eins Aber sonst muss ich nix mehr machen Kann ich dir nix mehr helfen? Also die Ringe sind schon gedreht, ne? Aber auf welche Farbe jetzt? Auf lila Für ihn Okay Ähm, eine andere kurze Frage Wer hat den Eisstein geholt? Eisstein? Ich hab den geholt Ja, dann musst du noch bauen, ne? Ja, mach ich gleich Gut, 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 gut Dann ist ja okay Dann ist okay Okay, ich hab jetzt Jetzt kannst du eins machen Bis es aufhört, ne? Es darf nicht so funken Es muss wirklich still sein So, zwei Soll ich zwei machen? Ja, mach mal zwei noch Ich geh runter Ist es in der Tankstation drin? Ähm, ja, bei Nein, nein, ja, ja Das ist hinten Bei Zack, hab's geschafft Dankeschön Ich hab das Rätsel gelöst Es passiert etwas Ich kann es spüren Hey, stopp Ähm, das letzte ist noch nicht Ne, warte, 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 warte Jetzt bin ich fertig Jetzt kannst du, Alex Äh, hallo, der bei Papp, äh, der bei Papp blitzt noch Soll ich ihn drehen? Ja, ne, ne, ne Ich hab bei zwei gemacht jetzt Ist fertig Jetzt kann man bei Pack-a-Punch machen Zack Ja Nice Ich mag das Geräusch Ultimativ Stopp Wieso hat es eben Hast du eben Wind gemacht? Ich hab gerade Ich hab gerade Wind gemacht Und danach hab ich Ja, genau Und danach hab ich gedreht Achso, okay Ja Du warst verwirrt Ich weiß, ich weiß Du warst verwirrt, weil es zweimal kam Drei Zombies, wo kommen die her? Jungs, wisst ihr, was ich alt bin? Ich war mit meinem Feuerstab so schnell Damit ich's jetzt schaff, mit euch ultimativ zu machen Ja Ja, ähm, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Die Stäbe auffüllen, ne? Ich bin das crazy place und laden die Stäbe auf Genau Dann müssen wir erst noch das Eisrätsel machen Halt, das Eisrätsel fehlt noch, oder? Ja, egal Genau, wunderbar, noch anschießen Du musst auch noch anschießen, Hardy Wo muss Genau Genau, dann drehen wir alles fix auf gelb Zweiter ist schon gelb Boah, also auf jeden Fall Es macht auf jeden Fall richtig Bock hier mit euch zu zocken Ohne Scheiß Es ist wunderbar, wenn man Leute hat, die auf jeden Fall wissen, was abgeht Das ist super Jo Machst du den anderen noch? Ja, ich mach den noch Scheiß, ich hab eins zu weit gedreht Ich bin schon da, ich bin bereit Hä? Meiner dreht sich gar nicht Jetzt Kann ich? Geht wahrscheinlich Mach Stopp Darf du jetzt? Jetzt darf ich Nein Nein, nein 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 Ich hab ich Jetzt können wir eigentlich in crazy place oder wollen wir das Eis noch machen? Eis, Eis, Eis Ja gut, dann muss ein dann wissen wir, dass es da ist. Jaja, das geht ja mit dir. Immer wieder. Aber er konnte es nicht. Er wusste nicht, was zu tun war. Du kannst drei Waffen tragen. Aber dann hätte ich den Stab als letzte Waffe aufnehmen müssen, weil der Stab, wenn du stirbst, wenn du deine Waffe bist. Und dann ist deine dritte Waffe. Wenn du den Stab nimmst, kannst du gerade wiederholen. Das ist jetzt meine zweite Waffe. Das heißt, die dritte Waffe, die ich will machen. Ey, das kann man von uns nicht bei vier. Ich such's fix. Moment, ich such's. Ich such das fix. Ich such das fix. Und ich such fix mal die Wunderfitz-Kugel. Die brauch ich jetzt mal. Die Wunderfitz? Verpiss dich mal, du. Ich würde ja sagen, ich mache einen auf gut Glück und probiere einmal ranzugehen wegen Mewly, aber dann kriege ich doch eh keinen Mewly raus. Ich wette es. Was für ein Ding? Na, man kann aus der Wunderfitz-Kugel auch Mewly kriegen. Also Eselstritt. Ich sag's mal auf Englisch. Ach so. Ja, Eselstritt. Wie bitte? Hab ich, ich hab Electric Cherry. Nice. Das ist auch gut, das stimmt. Was ist Eselstritt? Drei Waffen tragen. Ey Leute, was ist Eselstritt? Drei Waffen tragen. Sinn. Also das ist ein Perk, das trinkst du und dann kannst du drei Waffen tragen. Ja, aber dann würde ich dir empfehlen, nimm als letzte Waffe den Stab, weil den kannst du immer wiederholen, wenn du gestorben bist. Richtig. Wo ist jetzt das Grammophon? Und... Ihr dürft es jetzt da aufstellen, wo ihr wollt. Okay, bei vier. Oder bei fünf, bei fünf. Bei fünf. Ja, komm mal her, du dreckst Zombie. Komm. Ja, nimm den mal. Ja, tödlich, Digga. Ich hab auch noch einen Zombie, also sonst macht euren jetzt kaputt. Ich hab noch einen. Also kommt die Kills dann auch. Das ist so eine Mission bei Mob of the Dead. Sagst du Bescheid, wenn du Eisrätsel... Ich bin fast... Ey, dreht mir mal die Farben. Das kann ich nicht. Wobei, warte mal, dann kannst du mir Sägi jetzt mal kurz zeigen, das Drehen, wie das geht. Ich kann dir gar nichts zeigen. Nee? Okay. Alex, muss dir das... Ja, erklär mir, muss man da einfach mit dem Stab gegen schießen, oder was? Nee, da muss man F drücken. Ach so, F einfach, okay. Ja, dann mach ich das fix, ne? Oh, juhu, ich hab schon zwei Spielkameraden. Ja, dann lenkst du die bitte ab, ja? Wird ihr reicher belohnt, als ihr es euch vorstellen könnt? Ja, dann geht mal gar nicht hier mit eurem Scheiß-Rätsel. Ja, ja, das Rätsel ist, glaub ich, ein bisschen schwieriger, oder? Pipapo. Ich soll es auf Eis drehen, okay, mach ich, mach ich, mach ich. Eis muss wohin zeigen. Ihr seid nah dran. Ach, so nah. Ich brauch noch ne Waffe, bevor wir die neue Runde starten. Ich hab ne gepuncht, egal, bei mir passt alles. Muss das nicht noch raus. Ach so, sorry, wenn ich es jetzt nicht schaffe, die, die, die zu drehen. Ich mach das grad zum ersten Mal, ja? Ja, ähm, da ist eine, da ist klar, äh, ein Schalter ist klar, dass er der obere ist. Und der, der gegenüber von dem, also neben den Treppen, ne? Mhm. Einer ist ganz oben und einer ist, ähm, Moment, das war der vorletzte, glaub ich, oder? Scheiße, jetzt kommt der Robo, scheiße. Ich glaub, ich kill gleich die Zombies. Wieso? Weil die mir hinter mir... Denn renn doch einfach in so'n Gang rein. Ah, nee, nee, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ist doch nur einer. Alles gut. Okay. Ähm, was muss ich jetzt nochmal machen? Zwei Eisdinger hab ich jetzt schon gedreht. Zwei Eisdinger hab ich schon gedreht, cool. Steinschießen. Jetzt fehlt noch das letzte. Ja, und bei Tankstation ist auch noch einer. Wenn du den nicht schon hast. Ich geh mal gucken, ob der da ist, ja? Ob wer da ist. Der Stein an der Tankstation, den du auch schießen musst, mit Eisstein. Was, der Stein? Ja, ja. Bei Tankstation ist er auch immer da. Ach so, ja gut, dann kann ich dir leider nicht helfen. So, ich geh da jetzt hin. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich schieß jetzt mit dem Feuerstab ab und schieß ein Blatt, okay? Nö, nee, nee, warte, warte, warte. Noch hat er Eis nicht fertig. Es war ja auch bloß ein Spaß. So. Ich hab grad nicht zugehalten, weil ich bin grad voll am konzentriert wegen den Scheiß, äh, Dingern hier. Hast du alles auf Eis? Gleich, den letzten mach ich gerade. das macht das ist das beschissene daran das ist voll die drecksarbeit hier rumrennen und die steine zu schießen nein die steine drehen habe alle auf eis aber da ist noch keine kugel ach so er muss erst mal fertig machen da sein rätsel ja klar die kommt erst mal runter was ich kann sie mit wind anschießen das geht deswegen muss mit dem element anschießen ja ja so muss ich warten bis er hier ist deswegen ja ich bin fast so der kugel ist da oder geil du darfst wo ist die box die box bei bei sechs sehen bei drei drei ich muss da gleich hin kann jemand die stäbe runternehmen stehe heute hatte hat die kannst du die stäbe schon mal unten einlegen zwei stück du meinst im crazy place ja 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 mach ich ja er muss jetzt halt zwei stück runterbringen ja ich mache es ich mache es die eiskugel ist da noch ja dann schießt ihm im eisstab an ich habe einen eisstab nicht gut ist kann das kann er ja machen bringt du schon mal die stäbe derweil runter wo ist das kam von jetzt 455 wieder lightning genommen 456 wo ist kamo also bei stamina ich habe jetzt auch untertum ein feuerstab rein und hol einfach auf den nächsten ja ach komm auf gut glück no risk no fun gib mir mühle gib mir mühle gib mir mühle ich will endlich mal hier acht plätze man und ich muss noch ausgeben den letzten muss du aus der kiste nehmen mir fehlen noch ein paar headshots wieso headshots wofür für die gepanschte war so echt geil das habe ich ja total vergessen mit den headshots meinstab ist drinne so ich hole mir jetzt box aber ich kann meinstab wieder rausnehmen aber ich nehme nicht raus ne klar wir müssen ja jetzt diese seelen da füllen was warte ach so der erste geschaut kann habe ich bekommen äh doppel 5 7 geht relativ jetzt ist mir das kaputt hat hier gerade jemand mir das portal kaputt alter wegan mark 2 wegan mark 2 läuft 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 loll wo ist die kiste musst du in himmel gucken dann siehst du es ju ich hole fix den letzten starb ich bin schon unten im starb raum kein stress höh super ich hab jetzt ein zombie hier also hat dann sehr die quasi zwei eingelegte ja das ist gut und wir müssen wir müssen wir müssen auch noch die pauschläge ultimativ machen das geht's können wir später machen er hat aber die noch mal ultimativ da ist noch die ultimativen stehen muss erst mal die drohne abschießen das flugzeug meinen es ist einer von euch noch tageo ja ja okay das wäre kacke gewesen wenn jetzt christian tageo gewesen wäre aua aua das ist schon halb zehn jungen sonst hätte ich ja nicht mitgespielt kommt ihr jetzt mal so ich habe jetzt eine coole waffe ich komme jetzt auch was hast du dir gegönnt ähm skorpion gepuncht ne evo also müssen wir zum crazy place ja gut ich komme ja ich bin ich bin unterwegs und hey killt mit tauschlag das gibt viel mehr punkte natürlich es gibt 130 130 punkte gibt das auf der letzte starb fehlt noch ja den hat er hat den hat doch alex den letzten zu den letzten starb hat doch alex ich komme bin und dann bin da schon gut dann äh kill du mal den schon mal den letzten ja lass ihn erstmal runter kommen äh du hast die kugel aber angeschossen ja ja hast du gut ja ich habe extra nochmal geguckt die war angeschossen ich bin mir jetzt gerade langweilig aktiviert halt die portale ich bin näher ich bin sur ich bin es 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 ich bin es